Yo, Tiberium! Ist das nicht schön? Ich bin noch bis unter die Brücke gekommen. Was? Ich hör was. Wo? Sammlern gegriffen? Nein. Hier ist nichts. Der Gegner macht irgendwas und ich weiss nicht was. Das ist unschön. Bleib mal schön da. Wo? Alles drauf. Alles drauf. Weg damit. Er schiesst ihn. Destroyed. Sehr schön. Wie weit geht es hier noch hoch? Irgendwie hat sich das hier verändert, finde ich. Irgendwann mehr Tiberium hatte. So wie es jetzt aussieht, war es das Blödsinn immer hier hoch zu gehen mit meinem Bau. Das ist ja viel weniger, Tiberium. Na, meine Sammlern immer bis nach unten gehen müssen, wenn es hier oben leer war. Ja, Sir. Also soweit ich das sehe und beurteilen kann, war das nicht so klug damals. Sir? Bereit, Sir. Zu wenig Geld. Cyborg zur Stelle. Verstanden. Verstanden. Ja. Habe ich was gesagt? Ja gut, kommen wir mal einzeln, das macht keine Probleme hier. Neue Befehl. Ich bin vollkommen sicher. Langsam kann ich den Ingenieur bauen. Wird hergestellt. Für die zerstörte Brücke. Ja, hier und Gas. Sir? Reit, Sir. Ja. Perfekt, das bin ich ziemlich sicher. Hier oben kann mir nichts mehr passieren. Nur von rechts kommen Gegner. Hier und hier. Deswegen nehme ich Dima und gebe ein bisschen weiter vor. Jawoll, Blaue Siberium. Ich liebe es. Es gibt so viel Geld. Wo? Das kann ich nicht mehr. Wird hergestellt. Einheit bereit. Noch ein Titan, für mich. Nicht vorbeilassen. Angreift. Wo? Wo, wo, wo. Ein Lederturm. Ich sehe ihn genau. Und ich bin ja nicht blöd, ich gehe jetzt mit. Ah, ich werde angegriffen. Neue Befehle. Ich will nur mit so zwei, drei Titanen die Lasertürme zerstören, damit ich nicht zu viel Schaden erleide. Einheit bereit. Die Titanen können nämlich auch zwischen ihre Entfernung die Lasertürme kaputt machen, ohne dass sie getroffen werden. Wird gebaut. Sir? Kein Problem. Ja? Wird erledigt. Einheit bereit, wie sie befehlen. Lagen sie nicht gestört werden durch irgendwelche Einheiten hier. Wow, dauert es lange. Ich bin repariert. Einen Scheiß. Nichts in der Range, bitte. Aber vier sollten noch ausreichen. Nein. Nicht. Vorbeilaufen, bitte. Genau. Genau. Nein. Angriff. Sehr schön. Jetzt noch den. Nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran. Gut. So ist das. Brav. Hier ist diese blöde Tür, die dauernd diese Geräusche macht, wie man gerade sieht und hört. Auf ihn. Boah, nimmt mir wieder so viel ab. Oh, ich muss die Tür auch mal kaputt machen. Die regt mich auf. Einheit bereit, hier. Wie erledigt. Neue Befehle. Alle Zeit. Und hier noch ein bisschen. Ja, sehr schön für Tiberium. Das hab ich gern. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Was macht ihr Sammler eigentlich? Ihre Anweisung. Braucht jetzt nicht so viel rum. Bereit zu. Neue Befehle. Vielleicht soll ich noch eine zweite Raffinerie bauen, aber... Keine Lust jetzt. Verstappen. Zu lieber Einheiten bauen. Zerstörung. Wo, konnten wir hier auch runter? Das hab ich gar nicht bedacht. Da hätten sie mich überraschen können. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Wo? Ein Buggy. Glaub ich. Nö, ein Maulwurf. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, da kann man echt runter. Da hätten sie mich total überraschen können, aber... Haben sie nicht. Echt gar nicht. Boah, ich bin hier so überlegen eigentlich. Kleine Lücke und ich bin hier voll ausgerüstet. Man dürfte nichts anbrennen. Ingenieur, wo bist du? Ja, Sir. Verstetigt. Ist das die Brücke schon? Ich guck mal. Ihre Anwalt, alles klar. Ja, das ist sie schon. Aber ich glaub, da kommt nochmal eine später. Boah, die greifen wir schon an. Hier ist die Abschussstelle übrigens. Und deswegen geh ich jetzt da hin. Alles klar. Ihre Anwalt, alles klar. Weg hier. Einfach nur weg. Ist nicht irgendwie zu blöd, den zu treffen. Doch, haben sie schon. Sir, Motor an. Ihre Anwaltung verlegt. Ihre Anwaltung verlegt. Und du stellst dich einfach mal dahin. Nicht direkt durch Sibirium, gut, Depp, aber weg ist es. Ihr wird's überleben. Wir sind bereit. Seinbrock zur Stelle nicht. Kraftwerke weg. Wir haben uns keinen Strom mehr. Altbekannte Strategie. Ihre Anwaltung. Schneller. Seinbrock zur Stelle. Ihre Anwaltung verlegt ist ja alles klar. Easy Befehl. Was soll denn das? Tot. Tot, danke. Sir, easy Befehl. Oh, oh, oh. Jetzt sichere ich erstmal die Abschutzstelle. Bevor ich mich zum heindlichen Stützpunkt wage. Wow, da ist jetzt eine Hand von Nord. Von Nord. Und das ist gleich bedeutend mit einer Caserne. Ah, die sind gut. Die geben mir irgendwelche Gimmicks. Geld oder sonst was. Okay, diesmal nicht. Geld, Gesundheit und sonst was können sie machen. Aber diesmal nicht. Schade. Ist auch nicht immer so der Fall. Weckt mir der an. Am besten ist, wenn da noch immer am Ende so ein Typ rauskommt. Das einzige. Direkt im Feuer des Gegners. Ist schon grausam. Noch so ein Viech. Der ist aber leer. Da ist auch nichts drin, sag ich schon. Verloren, was soll denn das? Zu wenig Geld. Keine Anweisung. Kein Problem. Verstanden. Warum kann ich das eigentlich angreifen? Das ist das gegnerische Gebäude. Einheitsbereit. Sir, wir verledigen. So, ich würde jetzt eigentlich gerne erstmal hier runter gehen. Ich hoffe, das kann ich ohne Gedenken. Nicht, dass hier irgendwo welche vorbeigehen und ich ungeschützt bin zu Hause. Also beim Stützpunkt. Kannst du bitte. So, jetzt endlich mal Dash weghauen. Neue Befehle. Verstafften. Da mach ich den schon mal hier rein. Ja. Einheit bereit, die Befehle. Huhu. Ja, ihr? So gut wie ihr lebt. Der macht gar nichts. Ist ja blöd. Scheint so. Vielleicht ist der Fahrer gerade über Mittagspreise zu machen. Einheit bereit. Gehen auch noch. Hallo. Heute blöd. So, das erstartet jetzt auch Bericht. Und dann wissen sie, dass ich da bin. Na, wissen sowieso, aber trotzdem. Geht hier aufs Prinzip. Keine Überlebenden. Wird hergestellt. Ein Leuchtturm. Wo? Was soll denn das? Wenn der Leuchtturm entdeckt, dann kommen bestimmt irgendwelche Gegner. Egal, weg ist es mir jetzt. Einfach durchlaufen. Und Gegnerverbot machen. Kaum habe ich hier repariert, kommen sie schon rüber. Wie dreist ist das denn? Die hab ich repariert. Ich darf da rüber nur. Das war vielleicht nicht so klug hier. Ich verliere vielleicht jetzt einen. Ne, aber... Es gibt erheblichen Schaden. So, auf die Leuchttürme. Ufo-Frag. Ja, und diese Lampen lasse ich mal an, damit ich das besser sehen kann. So, und ich glaub, die Brücke ist hier ganz... Wurdert mich... Oh, ne. Das sieht nicht gut aus. Sir? Ja, Sir. Wird hergestellt. Sir? Uaah! Komm, heiler Schrei. Das wird... ...kein Gewinn, ich glaube. So. So, geht man hier weiter. Kass! Hier muss ich keinen Ingenieur reinschicken. Ich muss einfach nur... ...das Gebiet sichern. Den Ingenieur brauch ich schon für den Bahnhof hier oben. Wow, ich gewinn doch. Aber ich glaube, die Titanen ist zurückgekehrt. Kass! Auf Kreise! Einheit bereit! So, hier unten noch was. Ja, nein, vielleicht... Und, Kass! Wirklicherweise... Zu wenig Geld. Nur noch das Vieh hier. Easy Befehl! Cyborg zur Stelle! Verstanden! Langsam wird's sehr eng. Ingenieur meldet sich. Kein Problem. Wie wär's wenn ihr mal... Oh man, sind die blöd. Hier, wie wär's denn damit? Ihr Trottel. Geht mit ein, zwei Dingern zurück zur Raffinerie. Und hier ist viel Vertiverium noch. Mann, Mann, Mann. Absturzstelle gesichert. Ziel erreicht. Einheit bereit. Wenn du keinen Abschluss hast, dann kannst du immer noch Sammlerfahrer werden. Sir? Sieht aus, als hätten die den Laden hier schon säuberlich ausgeschlachtet. Nordschaft, die Artefakte bestimmt schon bald vor. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich seh keine Uhrzeit, äh, keinen Timer. Deswegen nehm ich an, das war einfach nur... Ein bisschen dramatische Informationen, die aber nichts zu sagen hat. Hier ist nichts. Gut. Bereit, Sir? Ich geh jetzt nicht hier vorne rein, da sind Lasertürme. Das ist mir zu gefährlich. Ja, hier alles klar. Ich guck mal hier rechts, da geht's glaub ich rum. Oh, was fällt mir jetzt? Einheit bereit, Sir? Was willst du, hm? Denkst du, du hast eine Chance gegen mich, hm? Nee. Einheit bereit. Natürlich nicht. Also jetzt sicher ich einfach ab, damit da keiner durchkommt. Wo kommen die Viecher jetzt, hä? Motor an! Sir? Ich geh mal ein bisschen hier erkundschaften. Cyborg, verstanden! Verstanden! T-t-t-t-ing! Ihre Anweisung? Neue Bücher! So langsam sollte ich auch anfangen, ab und zu mal zu speichern, sicherheitshalber. Alles klar! Wobei das sonst übel enden kann. Alles klar! Wo geht's denn hin? Alles klar! Okay, das ist die Bahnstrecke. Aber sie geht aus dem Bild und deswegen... ...uninteressant. Vielleicht kommt der Zug irgendwann hier lang gefahren, wenn ich zu lang warte. Hier komm ich hoch, genau. Jetzt kommt doch noch der Gegner runter. Das ist immer das zweischneidige Schwert. Herr? Ja, Herr! Ja, Herr! Ja, Herr! Ansonsten kann er eben mit allen auf eine Stelle gehen und jetzt... ...bei an zwei Stellen. Oh! Na toll! Richter noch Verstärkung! Außen nichts! Ist das nett! Aber der hat mir nichts ausgemacht! Doch, jetzt macht er was! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Zu wenig Geld! So, ich speichere einfach mal kurz ab, Sicherheitshalber. Und zwar... ...hier... ...was sage ich denn? Ich sag mal zwei. Gut. Jetzt kommen sie hier wieder einzeln runter. Ewe, da kommt jemand! Was ist das denn? Scheiße! Die Brücke ist schon ziemlich instabil. Die soll bloß nicht kaputt gehen. Gut. Jetzt machen wir hier ein bisschen... ...die Tür auf. Und dann ein paar Kraftwerker kaputt. Vielleicht könnten dann die Lasertürme nicht mehr betrieben werden. Das würde mich doch sehr freuen. Ja, klingt, ne? Schöten! Oh shit! Okay! Ich greife an, damit ich... ...zwei Fronten habe. Einheit bereit! Einheit bereit! Ach du Scheiße! Das sieht nicht gut aus! Die sind so brutal, diese Cyborgs! Wie cool! Einheit bereit! Einheit verloren! Was für große Verluste! Unglaublich! Unglaublich! Was für große Verluste! Unglaublich! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Das ist gar nicht gut! Ja, hier! Sir! Oh, ihr seid so blöd! Ja! Einheit bereit! Einheit bereit! Ja! Einheit bereit! Das heißt, wenn du nochmal hier eingehst! Mit den eigenen Initiativen zeilst! Alles klar! Sir! Kein Problem! Sir! Oh, Laserturm! Laserturm! Da finden wieder riesige Verluste! Aber solange ich noch ein paar Leute habe, bin ich zufrieden! Oh, mach doch die Hand weg, damit sie keine Neue mehr bauen können! Einheit bereit! Denkt doch auch mal ein bisschen mit, ihr Idioten! Ey, hallo? Sehr schön! So viel blaues Siberium! Nicht für mich nutzbar! So weit weg! So weit weg! Wenn die... Wenn die Mission länger gehen würde, dann schon, aber... So kann ich nicht gebrauchen! Ach, kommt schon! Das ist so blöd! Ich könnte jetzt aber mit Missionäre rein, dann war's das glaube ich! Mach schon lieber jetzt meinen Turm hier weg! Und den da vor allem! Und die Waffenfabrik hier! Zu wenig Geld! Denn ich glaube, ich muss den Stützpunkt nicht zerstören ganz! Nur, dass er einen nimmt! Das ist Technologiezentrum! Ich dachte bisher, der hieß Bahnhof! Waffenarie weg! Da ist der Bauhof! Oh shit! Der darf mich nicht erwischen! Ja! 1 zu 1 Duell! Mal gucken, wer gewinnt! Ich glaube, der hat keine Strasse-Titan! Normalerweise zwar schon, aber nicht bei schwer! Oh oh! Ich bin fast ungeschützt hier! Ihr seid so blöd! Ihr seid so... Oh, der eine ist gut! Der ist gut! Okay, geht doch! Sie haben gelernt! Ja Sir! So, ich speichere kurz und... Ich würde sagen, für diese Mission mache ich dann erstmal Schluss! Wir sehen uns im nächsten Video! Und dann sehen wir, wie es weitergeht! Tschö, tschö!